Hey Leute, heute mache ich den vierten Teil von die Fahrt nach Scary's. Ich hoffe, es gefällt euch. Jetzt fangen wir an. Leute, schläft ihr etwa immer noch? Wir müssen jetzt aufstehen. Wir müssen shoppen gehen. Wir wollten doch. Sonst werden alle Sachen ausverkauft sein. Kommt jetzt. Steht auf. Hm, ja, okay. Ja. Dann kommts, essen wir. So, ich bin fertig. Komm mal. Komm mal auch. Oh, komm mal. Hm, lecker. Los, dann essen wir. Ja, los. Nach dem Essen. Hi, shoppen. Leute, ja, wir kommen. Ja, okay. Willst du in die Stadt gehen? Also, ich bin fertig. Ich auch. Also, gehen wir losgehen. Ja, dann los. Ja, los. Oh, Scary's ist so schön. Ja. Leute, guckt mal. Was? 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 Oh ja, voll schön. Hallo, wollt ihr etwas kaufen? Hier sind hier sehr schöne Sachen. Wollt ihr vielleicht was kaufen? Nein, danke. Ja. Ja, ich möchte was kaufen. Was? Ich weiß schon, dass das alles hier teuer ist. Ich möchte das aber. Guck mal, wie schön das ist. Wow. Ich möchte so gerne dieser Lena eine Kette. Ja, doch auch bei uns in Deutschland kaufen. Nein, ich will sie aber hier in Scary's als Erinnerung kaufen. Na gut, mein Trägen. Ja, mein Trägen. Äh, Frankie, Claudine. Wow. Ähm, Claudine? Ja? Du kaufst halt diese Kette und ich gehe zu Frankie. Wiemann muss ja auf sie aufpassen. Wow. Frankie. Ja, okay. Ähm, wie viel kostet diese hübsche Kette? Die kostet 100 Euro. 100 Euro? Natürlich nicht. Die kostet 2 Euro. Oder wartet. Das ist echt das Diamant. Also das kostet 50 Euro. Wow. Ähm, okay, mein Trägen. Ja, bitte. Okay, danke. Ihr könnt jetzt die Kette nehmen. Oh, yay. Das sieht bestimmt schön aus. Leute, guckt mal. Wow, voll schön. Oh ja, Claudine, voll schön. Aber guckt mal. Was denn? Oh, Skeleta. Alles ist okay. Ich darf einfach diese hübsche Sperrys Tasche kaufen. Seht ihr? Die ist voll mega. Dann kauft sie doch. Ja, okay. Ich kauf sie mal schnell. Wow. Oh, ich hab sie gekauft. Ach, voll schön. Skeleta, willst du nichts kaufen? Ach, ich kauf mir danach irgendetwas. Und außerdem, ich hab diese Tasche schon Sperrys gekauft. Wow, wow. Und was sollen wir jetzt machen? Na, was wohl? Spaß haben und shoppen und uns umziehen. Yay. Jetzt geht's mit der Monster-Modenschau. Yay. Yay. Star-Tacke. Das ist jabur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.